Ich freue mich sehr, heute an einem sehr ehrwürdigen Ort zu sein, der Synagoge in Stuttgart. Und zu Gast ist heute einmal mehr der württembergische Landesrabbiner Netaniel Wurmser. Freuen Sie sich auf ein anregendes, tiefgreifendes und inspirierendes Gespräch. Ich grüße Sie ganz herzlich bei uns, Herr Landesrabbiner. Bruch immer bei Ihnen. Zu einem Rabbiner kam einmal ein junger Mann und bat ihn, denn der Rabbiner möge ihm den Sinn der Tora, die Botschaft der Tora erklären, während er auf einem Fuß stünde. Was würden Sie so einem jungen Mann sagen auf diese Frage? Ich würde differenzieren zwischen einer Begegnung, die einmalig ist, und zwischen einer kontinuierlichen Form der Begegnungen, wie sie einen Gemeindrabbiner gewöhnlich hat. Eine nur einmalige Begegnung, oder wenn man davon ausgeht, erfordert eine sehr spezifische und kurz gefasste Version. Die wäre? Den Menschen in seiner Situation zu erfassen und dann ihm den richtigen Rat auf den Weg zu geben. Nach seinen Möglichkeiten, die er hat, nach seinem Fassungsvermögen, nach seiner geistigen, spirituellen Situation. Aber die Botschaft der Tora lässt sich nicht auf einen Punkt, auf einen Satz bringen. Beileibe nicht. Beileibe nicht. Was bedeutet Ihnen persönlich die Tora? Die Tora ist die Herstellung der Verbindung des Schöpfers mit dem Menschen. Das heißt, die Divre Tora, das heißt die Worte der Tora, sind die in Worte gefassten Ausdrucksformen der Sprache des Himmels. Und jeder Mensch, jede jüdische Seele ist dazu angehalten, sie fleißig zu studieren, tagtäglich, das ganze Leben lang. Nähe? Danke. 청